Hallo Leute, in diesem Video soll es nochmal um ein paar Aufgaben zur Kombinatorik gehen. Viel Spaß! Wie immer eine knappe Wiederholung vom Wichtigsten. Geht es um einen Vorgang mit Zurücklegen und mit Beachtung der Reihenfolge, dann lautet die Formel, um die Anzahl der Möglichkeiten zu berechnen, n hoch k. Ohne Zurücklegen und mit Beachtung der Reihenfolge lautet die Formel entweder n Fakultät oder n mal n-1 und so weiter bis n-k plus 1. Je nachdem, ob man n mal zieht, dann nimmt man n Fakultät oder nur k mal, dann nimmt man die andere Formel. Den Fall mit Zurücklegen und ohne Reihenfolge, den braucht ihr in der Schule eigentlich nie. Und beim Fall ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge lautet die Formel n über k. Im Taschenrechner berechnet ihr das mit dem Befehl ncr und dann in die Klammer euer n, ein Komma und dann euer k. Ja, jetzt ein paar Beispiele. Drei Würfel werden gleichzeitig geworfen. Wie viele verschiedene dreistellige Zahlen können dadurch entstehen? Euch ist klar, wie das gemeint ist, oder? Stellt euch vor, ihr werft drei Würfel und der linke Würfel zeigt eine 1, der mittlere eine 2 und der rechte eine 3. Dann hättet ihr die Zahl 123. So, wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt? Das ist mit Zurücklegen und mit Beachtung der Reihenfolge. Mit Zurücklegen, denn bei jedem Würfel haben wir auch neue 6 Möglichkeiten und Reihenfolge, weil wir genau gucken, wo welche Zahl steht. Wäre es ohne Beachtung der Reihenfolge, dann wären 123 und 321 das gleiche, weil wir dann nur drauf gucken würden, wie oft welche Zahl vorkommt, aber nicht, an welcher Stelle sie steht. Also, wie viele Möglichkeiten gibt es? Naja, beim ersten Würfel 6 Möglichkeiten, beim zweiten auch 6 und beim dritten auch 6. Also 6 mal 6 mal 6 oder 6 hoch 3. Das sind 216. Zweites Beispiel, von einem Kartenspiel mit 16 verschiedenen Karten, 4 mal Bube, 4 mal Dame, 4 mal König und 4 mal Ass und jeweils einmal in Karo, Herz, Pik und Kreuz, werden 5 Karten gezogen. Und die werden dann nebeneinander auf den Tisch gelegt. Wie viele verschiedene Auslagen gibt es? Mit Auslagen meinen wir die 5 Karten, die nebeneinander liegen. Ist das mit Zurücklegen? Nein, denn wenn wir einmal eine Karte gezogen haben, dann wird diese Karte auf den Tisch gelegt und kann nicht erneut gezogen werden. Beachten wir die Reihenfolge? Ja, tun wir, weil wir ja wissen wollen, wie viele verschiedene einzelne Auslagen es gibt. Entweder ihr löst das wieder anhand der Logik, dass man bei der ersten Karte 16 Möglichkeiten hat, bei der zweiten noch 15, bei der dritten 14, bei der vierten 13 und bei der fünften 12. Oder ihr nehmt die Formel von oben und nehmt als N eine 16 wegen der 16 Karten und für das K eine 5 wegen der 5 Karten, die man zieht. Dann kommt man auf die gleiche Rechnung. Rauskommen 524.160 mögliche Auslagen. Letztes Beispiel. In einer Urne liegen 6 Kugeln und die sind mit den Zahlen von 1 bis 6 durchnummeriert. Gezogen werden 2 Kugeln ohne Zurücklegen und die Ziffern auf den beiden Zahlen addiert man und bekommt dann den Betrag ausgezahlt, der dabei rauskommt. Wie viele verschiedene Beträge kann man gewinnen? Ist das mit Zurücklegen? Nein, denn das steht ja im Text. Beachten wir die Reihenfolge der gezogenen Kugeln? Auch nicht, denn uns interessiert nur der Betrag, den man bekommt. Das heißt, uns ist egal, ob man zum Beispiel erst eine 6 und dann eine 1 zieht oder erst eine 1 und dann eine 6. Wichtig ist uns in dem Fall nur, dass man 7 Euro bekommt. Na dann brauchen wir ja wohl unser N über K. N ist die Anzahl der Kugeln, die in der Urne liegen, also 6 und K die Anzahl der Züge und wir ziehen zweimal. 6 über 2, das ist 15. Man kann also 15 verschiedene Geldbeträge gewinnen. Hoffentlich haben euch diese Beispiele hier weitergeholfen. Wenn ihr auf der Suche nach guter Nachhilfe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserer Website vorbei. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann liked doch gerne das Video und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns dann demnächst. Haut rein!